Ist dir schon einmal aufgefallen, wie unterschiedlich Fliegen aussehen, selbst wenn sie der gleichen Art angehören? Es gibt sie in allen möglichen Farben und Größen. Ja, selbst die Augenfarbe variiert von Zeit zu Zeit. Und jetzt stell dir mal eine Fliege ohne Flügel vor. Was passiert mit ihr? Richtig, sie wird gefressen oder zertreten. Dennoch gibt es in der Natur Fliegen, die gar nicht fliegen können. Glaubst du nicht? Dann empfehle ich dir einen Ausflug zu den Kergoeleninseln in der Nähe des Südpols. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie sich dort flugunfähige Fliegen entwickeln konnten. Damit du alles verstehen kannst, möchte ich dir auch die Begriffe Mutation und Selektion erklären. Die Fliegen auf den Kergoeleninseln haben nur Stummelflügel und können nicht fliegen. Sie stammen aber von Fliegen auf dem Festland ab. Und diese hatten noch richtige Flügel. Wieso hat die Kergoelenfliege aber nur Stummelflügel? Damit du das verstehen kannst, erkläre ich dir zunächst den Begriff Mutation. Eine Mutation ist eine Veränderung der Erbanlagen. Sie können spontan und zufällig auftreten, aber auch äußere Einflüsse können Mutationen bewirken. Zum Beispiel UV-Strahlung, Radioaktivität und vieles mehr. Durch Mutationen werden die Gene von Lebewesen verändert. Veränderte Gene können unter Umständen zu ganz neuen Merkmalen eines Lebewesens führen. Diese können an ihre Nachkommen vererbt werden. Somit sind selbst Individuen einer Art nicht alle gleich. Man nennt dies auch Variation der Individuen. Wie kam also die Kergoelenfliege zu ihren Stummelflügeln? Bei den Fliegen auf dem Festland kommt es immer mal wieder zu zufälligen Mutationen, die zum Beispiel zu kleineren Flügeln führen. Diese Fliegen werden auf dem Festland schnell gefressen oder finden keine Nahrung. Sie sterben, bevor sie Nachkommen zeugen. Sie geben ihr Merkmal nicht weiter. Von Zeit zu Zeit gelangen ein paar Festlandfliegen auf die Kergoeleninseln. Durch Wind oder mit einem Stück Treibholz. Darunter waren auch Fliegen mit kleinen Flügeln. Doch Mutationen allein erklären noch nicht die große Anzahl flugunfähiger Fliegen auf den Kergoeleninseln. Dafür ist die Selektion verantwortlich. Diesen Mechanismus erkläre ich dir jetzt genauer. Auf den Inseln ist es sehr stürmisch. Die Festlandfliegen mit normalen Flügeln können sich auf den Inseln nicht halten. Sie werden also aufs Meer hinausgeweht und sterben. Die Fliegen mit den kleineren Flügeln oder Stummelflügeln können sich am Boden der Insel halten. Diese Fliegen überleben und pflanzen sich fort. Je kleiner ihre Flügel sind, desto besser sind sie an ihre Umgebung angepasst. Je besser die Fliegen angepasst sind, desto leichter fällt ihnen zum Beispiel die Nahrungssuche auf der stürmischen Insel und sie können sich schließlich fortpflanzen. Sie geben das Merkmal kleine Flügel weiter. Mit der Zeit werden die Flügel der Nachkommen immer kleiner. Fressfeinde gibt es auf den Inseln übrigens kaum. So ist eine sehr große Population flugunfähiger Fliegen mit Stummelflügeln entstanden. Dieser Vorgang wird als natürliche Auslese oder Selektion bezeichnet. Fassen wir nochmal den Prozess der Selektion oder natürliche Auslese zusammen. Die Individuen einer Art weisen durch Mutationen immer leicht unterschiedliche Merkmale auf. Man spricht auch von Variation der Individuen. Bestimmte Merkmale stellen einen Vorteil in der jeweiligen Umwelt dar, wie zum Beispiel die Stummelflügel auf windigen Inseln oder das farbige Fell von Hasen. Die Lebewesen mit diesem Merkmal können sich häufiger fortpflanzen und ihr Merkmal häufiger weitergeben. Das Merkmal kommt also durch eine Selektion immer häufiger vor. Über einen sehr langen Zeitraum verändern sich Populationen auf diese Weise. Neue Arten, wie zum Beispiel die Kergoelenfliege, können so entstehen. Nun weißt du auch, warum sich so viele unterschiedliche Fliegen entwickeln konnten, wie du sie am Anfang des Videos gesehen hast. Außerdem hast du gelernt, dass sich durch Mutation und Selektion sogar so außergewöhnliche Arten wie die flugunfähige Kergoelenfliege entwickeln konnten. Diese wichtigen Faktoren zur Entstehung neuer Arten werden darum auch oft als Antrieb der Evolution bezeichnet. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.